Ich übernehme Verantwortung für mein Schicksal und meinen Weg. Ich muss mich dann leider etwas ausbilden. Ich muss die Waffen und die Werkzeuge verstehen. Und ich habe auch eine Verantwortung mir und meiner Familie und meinen Freunden gegenüber. Ich habe auch eine Verantwortung im kollektiven Bewusstsein als Bürger. Da geht es um Freiheit. Und das sind die zwei Wege, die man jetzt hat. Und dann kommt es auf die Kernfrage drauf an. Wer bist du und wer möchtest du sein?